Letzte Woche im Fernsehen bei Sat.1 Join, ne, bei 1% Quiz gemacht hab, das war voll gut, ey, ich hab das wieder richtig schön, ne, obwohl ja dann ganz viele Millionen Menschen zugucken, ne, da haben mir 2 Millionen Menschen zugeguckt, die mich versehen haben, ne, aber ich bin ja öfter im Fernsehen und im Radio und so, ich kenn das ja so, ich kann eigentlich mit Stress ganz gut umgehen, ne, man ist es ja verwohnt, ne, ja, schreibt mal hier ein schönes Wort rein, Udo macht rückwärts, oh yeah, rock'n'roll, out of the brain, knall, bumm, fiederalala, yeah. Ne, ich warte, ich geb euch noch 46,3 Sekunden, schreibt schnell ein Wort hier rein, schnell, und das mach ich dann rückwärts, out of the brain, yeah, rock'n'roll, und dann geht's on, ich muss ja auch weiter, ne, ich hab noch schwere Verantwortung heute wieder, ne, wie immer, ne, natürlich auch mit rückwärts sprechen und so weiter, ne, aber da sind natürlich auch immer tausende von anderen Sachen, die man so verledigen muss, ne, im Leben, ne. So, ein Wort jetzt, der Countdown läuft, schreibt schnell ein Wort in die Kommentare, Udo macht es rückwärts, out of the brain, yeah, rock'n'roll.